Ich frage mich auch sehr früh, dass ich wieder mitgekommen bin. Ich küsse dich aus. Ich bin echt schüttelig. Ich bin sehr schüttelig. Ich bin sehr schüttelig. Wenn ich weiß, man... ...wäsche... Hatte das eigentlich... Hatte das eigentlich was gepumpt, dass ich die Verdunke beim Abflug machen? Nein. Ja. Ich habe so klein gewusst, wo ich... Also, wäsche, wo ich... Ja, ja. Manche kommen mir immer damit zurecht, wenn sie sowas gesagt haben. Andere von Wüthus aber nicht. Also, ich würde lieber... Wenn du das nämlich... Wenn das Ding nicht eigentlich liegt... Das ist nämlich gut. Dann kann man das mit dem Zufall machen. Äh... Häufig... Ja. 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 Eigentlich. Ja. Ja. Dann gehen wir doch mal die R wechseln. Vielen Dank.